Hallo. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Sehr freundlich. Mahlzeit. Mein Ticket. Dankeschön. Servus. Fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Salut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Moin. Fahren Sie in meine Ciao. Salut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Cool. Ciao. Cool. Hi. Das Ticket. Ciao. Hallo. Bitte sehr. Vielen Dank. Bitte sehr. Danke sehr. Tag. Fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Ticket. Ticket. Ich lege das. Ja. Ticket. Ja? Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gibt es die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von explosiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favourite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our on-board Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by e-mail to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. We'll see you next time. 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 Oh. Ist schon okay. Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danke für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind glücklich, dass wir dich an Bord haben und dass wir dich an Bord haben und dass wir dich an Bord auf deinem Lieblings-Destination heute kommen können. Bevor wir starten, wir wollen uns informieren über die Fahrt 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 übernommen. Wir machen uns auf unsere Fahrt über die 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 Fahrt übernommen. simply log on to our onboard wifi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. We'll see you next time. We'll see you next time. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020